Herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Hier auf meinem Kanal rede ich sehr oft über Steuerthemen für Unternehmer und Unternehmerinnen in der Schweiz. Und ab und zu kriege ich aber trotzdem die Frage, hey Henrik, ich stehe komplett am Anfang, ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Kannst du mir mal einen kleinen Überblick geben? Welche Firmenform brauche ich? Was für Steuerarten gibt es überhaupt? Wie gründe ich meine Firma? Wo muss ich mich anmelden? Welche Fristen gibt es? Welche Buchhaltungssoftware brauche ich? Und ab wann brauche ich zum Beispiel auch einen Treuhänder? Wann ergibt das Sinn? Alle diese Fragen werden wir heute mal behandeln, damit du dich nicht so verloren fühlen musst. Also legen wir doch direkt mal los. Zuerst einmal, was ist die beste Firmenform für dein Unternehmen? Hier gibt es etliche Firmenformen, die Einzelfirma, die GmbH, die Aktiengesellschaft, die Kollektivgesellschaft, die Kommanditgesellschaft, die Kommanditaktiengesellschaft, den Verein, die Stiftung und die Genossenschaft. Fakt ist auf jeden Fall, dass hier zu 95% oder sogar noch mehr ist für dich die beste Firmenform. Entweder die GmbH oder die Einzelfirma. In den meisten Fällen solltest du direkt von Anfang an mit einer GmbH starten. Ich werde gleich noch ein paar Gründe dafür nennen, aber hauptsächlich ist das so, die GmbH bietet die beste Steuerflexibilität, aber gleichzeitig auch, gerade wenn du am Anfang stehst und noch ein gewisses Risiko auch besteht, dass du eventuell noch gar nicht weißt, ob du erfolgreich wirst und so weiter, gibt dir das auch hier entsprechende Haftungsbeschränkungen, dass du nicht mit dem vollen privaten Risiko sozusagen einsteigen musst, dass nicht deine gesamte Familie dich hassen wird, wenn du hier unternehmerische Fehler machst. Deswegen ist die GmbH die beste Firmenform für den Staat. Es gibt gewisse Branchen, wo man eventuell da vielleicht auch auf eine Aktiengesellschaft gehen soll, aber das ist in den meisten Fällen gar nicht relevant für dich. Nur wenn du jetzt irgendwie groß Investoren hast oder besonders anonym bleiben willst oder solche Sachen, aber in den meisten Fällen ist die GmbH wirklich die allerbeste Firmenform für den Staat. Die 20.000 Mindestkapital empfehle ich dir. Da musst du auch jetzt nicht deutlich mehr reinbringen, wenn es nicht nötig ist. Diese 20.000 kannst du auch direkt einsetzen für dein Geschäft. Das heißt, damit kannst du entsprechend Coachings kaufen, du kannst Waren einkaufen, du kannst damit Mitarbeiter bezahlen, du kannst damit Miete bezahlen, all die Sachen, die du fürs Geschäft brauchst, Werbung und so weiter. Das heißt, das kannst du direkt einsetzen und genau deswegen die GmbH unbedingt für den Staat verwenden. Jetzt ganz kurz trotzdem ein paar Worte zur Einzelfirma. Hier ist es so, die Einzelfirma ist nicht so gut geeignet für den Staat, weil dort hast du eben nicht die beschränkte Haftung. Was bedeutet das für dich? Das bedeutet, dass wenn du Fehler machst, gerade am Anfang, wenn du unerfahren bist, kann das schnell passieren, dass du da Fehler machst und dann haftest du mit deinem gesamten privaten Vermögen. Und das ist einer der Hauptgründe, warum das nicht so viel Sinn ergibt. Aber ein weiterer Grund ist, dass steuerlich gesehen ist das nicht so attraktiv, weil das fließt alles in deine private Steuererklärung rein und darauf zahlst du Einkommenssteuer und die Einkommenssteuer ist viel höher als die Gewinnsteuer. Und dazu kommen auch noch entsprechende Sozialversicherungsabgaben, wie zum Beispiel auch die AHV-Beiträge, die zusätzlich noch dazukommen. Das heißt, du verlierst bis zu der Hälfte von deinem Gewinn. Und gerade wenn du am Anfang stehst, dann willst du möglichst viel Geld eigentlich behalten. Deswegen ist auch aus der Perspektive die Einzelfirma nicht die beste Firmenform. Ein weiteres Thema ist das Thema mit der Scheinselbstständigkeit. Mit einer selbstständigen Erwerbstätigkeit kann es jederzeit passieren, dass diese selbstständige Erwerbstätigkeit plötzlich nicht mehr anerkannt wird durch die Ausgleichskasse. Und dann giltst du sozusagen als Angestellter bei deinen Auftraggebern. Und das kann sehr unangenehme Konsequenzen für dich bedeuten, aber vor allem auch für deine Auftraggeber. Also es gab hier sogar Situationen, wo zum Beispiel eine selbstständige Psychotherapeutin einfach eine Raummiete vertraglich vereinbart hat, weil die brauchte natürlich Praxisräumlichkeiten. Und hier ist es passiert, dass sie irgendwann dann plötzlich als Angestellte von ihrem Vermieter eingestuft worden ist. Und das kann sehr negative Konsequenzen mit sich bringen. Und das kann wirklich jederzeit passieren, dass das unklassifiziert wird, selbst wenn du auch mehrere Auftraggeber hast und so weiter. Das kann auch von einem Moment auf den anderen ändern, vor allem wenn du dann zum Beispiel für einen Auftraggeber mal ein bisschen mehr arbeitest oder wie sonst noch deine Situation im Privaten aussieht und was du sonst noch für Nebentätigkeiten hast und so weiter. Das heißt, auch hier solltest du unbedingt aufpassen. Eine Einzelfirma ist auch grundsätzlich etwas weniger seriös. Das bedeutet auch, gewisse Auftraggeber, es gibt einige Leute, die einfach nicht einen Vertrag mit dir eingehen wollen, wenn sie zum Beispiel ein Angebot von dir bekommen und sie sehen, dass da entsprechend eine Einzelfirma dahinter steckt, weil das wie gesagt auch hier entsprechend diese Risiken gibt mit der Scheinselbstständigkeit. Aber das kann auch einfach sein, dass es unseriös rüberkommt sozusagen. Es gibt auch einige Firmen, die arbeiten nur mit mindestens einer GmbH zum Beispiel zusammen, wie beispielsweise auch die Swisscom, die da in gewissen Abteilungen auch sehr restriktiv ist, mit wem sie zusammenarbeiten. Da sagen sie zum Beispiel ganz klar, hey, du brauchst mindestens eine GmbH, sonst ist das uns zum Beispiel viel zu riskant. Dann noch ganz kurz ein paar Worte zur Kollektivgesellschaft. Ich weiß, das klingt sehr attraktiv. Da braucht man jetzt kein Startkapital. In dem Sinne kann sofort loslegen. Aber das ist eigentlich praktisch wie die Einzelfirma, also zumindest was die Nachteile angeht. Das heißt, wenn du mit mehreren Personen eine Firma gründen willst, dann empfehle ich auch direkt wirklich auf die GmbH zu gehen. Das heißt, grundsätzlich am besten die GmbH und nur im Notfall auf die Einzelfirma gehen, wenn es da keine andere Alternative gibt. Jetzt gibt es natürlich auch noch gewisse Situationen, wo eine Aktiengesellschaft Sinn ergibt. Das ergibt dann Sinn, wenn du grundsätzlich mehr Kapital hast oder wenn du auch zum Beispiel Investoren mit ins Boot nimmst, wenn du zum Beispiel eine Softwareentwicklung machst, wenn du sozusagen ein typisches Startup bist, wo es eben diese Investoren gibt und alles drum und dran. Dann könnte das Sinn ergeben, auch eine Aktiengesellschaft zu gründen. Aber ich will einfach nur sagen, in den meisten Fällen ergibt das Sinn, wenn du wirklich direkt mit einer GmbH startest. Andere Firmenformen wie zum Beispiel Kommanditgesellschaft oder zum Beispiel Verein oder Stiftung oder so, da gibt es auch die Daseinsberechtigung für diese Firmenformen. Aber das ist meistens nur für spezielle Firmenformen geeignet. Das heißt, wenn du dich fragst, ob das für dich sinnvoll ist, dann mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ist das für dich nicht sinnvoll. Manchmal kriege ich auch noch Spezialfragen. Hey, welche Firmenformen brauche ich, wenn ich jetzt irgendwie ein kleines Geschäft habe, wie eine kleine Galerie oder ein Coaching-Business oder eine Agentur oder wenn ich E-Commerce im Ausland betreibe und so weiter und so fort. Grundsätzlich gelten alle diese Regeln, die ich oben genannt habe. Okay, es gibt vielleicht gewisse Spezialfälle. Das heißt, du solltest unbedingt natürlich mit einem Experten sprechen. Aber das sind die Grundregeln, die auf die meisten Geschäftsmodelle zutreffen. Was muss ich tun, um meine Firma anzumelden in der Schweiz? Wenn du eine Einzelfirma hast, dann solange du unter 2300 Franken Gewinn machst, musst du deine Einzelfirma erstmal noch nicht bei der Ausgleichskasse anmelden. Da kannst du auch erstmal noch warten, bis du diesen Betrag erreicht hast. Sonst kann es sein, dass die Ausgleichskasse dieses Gesuch entsprechend ablehnt. Wenn du vorhast, dein Pensionskassengeld zu beziehen, brauchst du grundsätzlich hingegen die Bestätigung von der Ausgleichskasse. Sonst kannst du hier auch erstmal noch warten, bis du auf entsprechende Gewinne gekommen bist. Der zweite wichtige Punkt bei der Einzelfirma ist die Anmeldung beim Handelsregister. Das Ganze ist nicht obligatorisch. Also du bist nicht verpflichtet, das zu tun, solange du nicht einen Umsatz von 100.000 Franken pro Jahr generierst. Das bedeutet, auch hier kann das Vorteile haben, wenn du dich im Handelsregister einträgst. Du musst es aber nicht von Anfang an machen. Ein Vorteil könnte sein, es gibt bei einigen Geschäftsmodellen, wie zum Beispiel auch im E-Commerce-Bereich, bei gewissen Marktplätzen, ist das eine Voraussetzung, dass du dich im Handelsregister anmeldest. Aber grundsätzlich kann auch der Vorteil sein, dass du einfach als seriöser wahrgenommen wirst. Einige Geschäftspartner werden dich zum Beispiel auch abchecken im Handelsregister und deine Firma sozusagen durchleuchten. Das heißt, grundsätzlich kann das gewisse Vorteile haben, aber das ist erstmal optional. Das heißt, mit einer Einzelfirma kannst du grundsätzlich einfach mal loslegen. Du kannst deinen Firmennamen sozusagen selber definieren. Da muss einfach unbedingt dein Nachname mit drin sein in dem Firmennamen. Und dann kannst du auch schon Rechnungen stellen, schon loslegen und alles drum und dran. Bei einer GmbH oder Aktiengesellschaft brauchst du ein paar mehr Schritte. Es ist jetzt auch nicht super kompliziert, aber der ganze Prozess geht auch ein bisschen länger. Weil hier musst du zuerst mal die mindestens 20.000 Stammkapital aufbringen, wenn du zum Beispiel eine GmbH gründest. Bei der Aktiengesellschaft sind das 100.000. Und diese musst du erstmal einzahlen auf ein sogenanntes Kapitaleinzahlungskonto bei einer Bank. Und sobald die Bank dir die Bestätigung gesendet hat, dass dieses Geld erfolgreich eingezahlt worden ist, dann kannst du diese Bestätigung nehmen. Zusätzlich brauchst du auch noch Gründungsdokumente. Die kannst du von einem Notar erstellen lassen. Das kannst du auch online durchführen lassen. Das dritte ist, dass du deine Unterschrift beglaubigen lassen musst bei einem Notar. Das würde ich machen bei einem Notar vor Ort zum Beispiel. Und wenn du alle diese Unterlagen hast, dann kannst du diese einsenden. Beim Handelsregister, da gibt es normalerweise auch Services, Gründungsservices, die dir dabei helfen. Wir bieten zum Beispiel auch so einen Service an. Das heißt, da wirst du in der Regel an die Hand genommen. Das geht dann in der Regel zwei bis vier Wochen, bis die Gründung fertig ist. Und dann hast du deine GmbH zum Beispiel oder deine Aktiengesellschaft, mit der du dann auch spätestens loslegen kannst. Jetzt kommen wir zur Frage, welche Steuerarten gibt es überhaupt? Und hier ist die wichtigste Steuerart für dich als Unternehmer oder Unternehmerin in der Schweiz die direkte Steuer. Und zwar die Einkommenssteuer, die Gewinnsteuer und die Vermögensteuer bzw. Kapitalsteuer. Wir gehen das jetzt einzeln durch. Und zwar zuerst mal die Einkommenssteuer ist relevant, wenn du eine Einzelfirma hast. Weil da ist es so, dass der Gewinn in deine private Einkommenssteuererklärung reinfließt. Okay, das heißt, da kannst du sozusagen einfach deine selbstständige Erwerbstätigkeit in der Steuererklärung aufführen. Und dann wird das zusammen mit deinem restlichen Einkommen besteuert. Da musst du natürlich auch eine Buchhaltung einreichen und einen Jahresabschluss erstellen und alles drum und dran. Das ist wiederum natürlich auch nicht ganz so einfach. Da solltest du dir unbedingt professionelle Hilfe holen. Und wenn du das Ganze gemacht hast, dann wirst du mit der Einkommenssteuer besteuert. Dasselbe, wenn du eine GmbH oder eine Aktiengesellschaft hast, dann gibt es die Gewinnsteuer. Und da ist es dann so, dass auf Unternehmensebene musst du dann auch eine Buchhaltung machen, einen Jahresabschluss und eine Steuererklärung für die Firma. Das wird dann eingereicht. Das ist aber sozusagen separat von deinem privaten Einkommen. Und sobald du das eingereicht hast, dann zahlst du darauf die Gewinnsteuer. Dann gibt es wiederum die Vermögensteuer. Das ist wiederum auf der privaten Seite sozusagen. Wenn du hier entsprechende Vermögenswerte hast und deine Firma besteht ja auch aus entsprechenden Vermögenswerten, dann führt das natürlich auch hier zu einer entsprechenden Vermögensteuer. Und dann gibt es auch wiederum die Kapitalsteuer. Das ist so ähnlich wie die Vermögenssteuer, nur dass die wiederum auf deiner Firma entsprechend anfällt, wie zum Beispiel GmbH oder Aktiengesellschaft, wenn du eine von diesen Firmenformen hast. Du wirst in der Regel mehrwertsteuerpflichtig, wenn du über 100.000 Schweizer Franken Umsatz generierst weltweit. Da musst du aber unbedingt aufpassen, dass wenn du am Anfang schon weißt, dass du diese 100.000 knacken wirst, in Anführungsstrichen, innerhalb der nächsten 12 Monate, musst du dich gegebenenfalls auch schon ganz am Anfang bei der Firmengründung bei der Mehrwertsteuer anmelden. Und gegebenenfalls, wenn du dich nicht anmeldest, musst du auch nach drei Monaten nochmal prüfen, ob du hochgerechnet nach zwölf Monaten sozusagen auf die 100.000 kommst. Und du musst dann auch nochmal prüfen am 31.12., also am Ende des Jahres und musst dann auch hochrechnen, ob du hochgerechnet auf 100.000 kommst. Klingt also sehr kompliziert. Hier ist es sehr wichtig, dass man alles einfach sehr gut im Blick behält. Und es gibt leider sehr viele Leute, die nur diese 100.000 im Kopf haben. Die denken dann, haja, ich komme nicht über die 100.000 und dann plötzlich stellen sie fest, dass sie sich eigentlich hätten bei der Mehrwertsteuer anmelden sollen, dass das aber nicht sauber durchgeführt worden ist. Und das kann zu sehr großen Nachzahlungen führen und zu sehr, sehr finanziellen, unangenehmen Situationen für dich. Wichtig zu beachten ist, dass es im Ausland auch entsprechende Mehrwertsteuer gibt zum Beispiel oder geben kann, wenn du beispielsweise E-Commerce betreibst und auch in Deutschland verkaufst. Das kann aber auch sein, wenn du gewisse Dienstleistungen, digitale Dienstleistungen erbringst im Ausland, dass du da auch mehrwertsteuerpflichtig wirst, was die ausländische Mehrwertsteuer angeht. Das heißt, da ist unbedingt abzuchecken, ob diese Mehrwertsteuer auch abgeführt werden muss. In einigen Fällen ergibt das auch Sinn, wenn du dich freiwillig bei der Mehrwertsteuer anmeldest. Beispielsweise, wenn du E-Commerce betreibst und deine Waren ins Ausland sendest, dann kann das sehr große Steuervorteile für dich haben und das kann sogar dazu führen, dass du Geld zurückbekommst. Oder wenn du auch sehr viele Dienstleistungen aus dem Ausland einkaufst und mit diesen Dienstleistungen meine ich beispielsweise, wenn du Werbung einkaufst auf Google oder Facebook zum Beispiel, wenn du da Werbung schaltest. Oder wenn du ein Coaching aus dem Ausland bekommst, wenn es eine Firma ist, die ihren Sitz im Ausland hat, zum Beispiel in Deutschland. Oder wenn du auch Freelancer im Ausland hast, also sprich, wenn du zum Beispiel auch eine virtuelle Assistentin oder einen virtuellen Assistenten hast im Ausland. Oder das kann auch sein, wenn du Software aus dem Ausland einkaufst und so weiter. Dann kann das auch Sinn ergeben, wenn du dich da eventuell sogar freiwillig bei der Mehrwertsteuer anmeldest. Oder aber auch, wenn du größere Investments planst, wie zum Beispiel auch jetzt, wenn du einen Firmenwagen kaufst, dann ist da natürlich auch Mehrwertsteuer drauf. Dann müsste man unbedingt prüfen, ob es sich auch da lohnt, sich freiwillig anzumelden. Oder wenn du einfach seriöser gegenüber deinen Kunden auftreten willst. Weil wenn du jetzt ein Angebot sendest und da ist keine Mehrwertsteuer drauf zu sehen, dann können deine Kunden den Eindruck bekommen, dass du eventuell noch viel zu klein bist, dass du nicht genügend Erfahrungswerte besitzt und so weiter. Und es passiert regelmäßig, dass dann auch gewisse Kunden, die dein Angebot sehen, eventuell abgeschreckt sein könnten und sagen, hey nein, ich kaufe lieber bei einem anderen Dienstleister, der hier etwas seriöser rüberkommt, wo ich mehr Vertrauen habe, dass diese Firma auch schon länger besteht und alles drum und dran. Als nächstes kommen wir zur Quellensteuer. Das ist für dich nicht relevant, wenn du einen Schweizer Pass hast, wenn du hier einen C-Ausweis hast oder wenn du beispielsweise auch verheiratet bist mit einer Person, die zum Beispiel auch Schweizer Bürger oder Schweizer Bürgerin ist. Grundsätzlich ist das so, dass als Unternehmer gelten andere Regeln, was die Quellensteuer angeht. Wenn du jetzt zum Beispiel eine B-Bewillingung hast und du arbeitest hier in der Schweiz und du bist angestellt in der Schweiz und nebenbei gründest du zum Beispiel ein Unternehmen, dann ist es so, dass du neu in der Regel auch eine zusätzliche Steuererklärung ausfüllen musst. Das heißt, du kommst dann sozusagen hier in das ordentliche Steuerverfahren rein und viele Unternehmer wissen das nicht, vor allem Unternehmer, die es gewöhnt sind, dass ihr Arbeitgeber einfach so die Quellensteuer abrechnet und die sind dann überrascht, dass sie eigentlich eine Steuererklärung ausfüllen müssen. Und das kann dann auch sein, dass es dann teilweise sehr spät dann alles gemacht werden muss, dann weiß man nicht mehr so genau, was gelaufen ist und das gibt dann richtig unangenehme Situationen. Das heißt grundsätzlich, wenn du Unternehmer wirst, das spielt keine Rolle, ob du eine Einzelfirma hast oder eine GmbH, dann wirst du grundsätzlich verpflichtet, hier auch eine Steuererklärung auszufüllen. Es gibt auch noch viele andere Steuerarten und auch gewisse Abgaben, die hier als Unternehmer generell relevant sind, wie zum Beispiel auch die Verrechnungssteuer, Emissionsabgaben, Stempelabgaben und so weiter. Aber über das musst du dir in der Regel am Anfang keine Sorgen machen. Das sind auch Steuerarten, die am Anfang nicht für dich so relevant sind. Da sollte auf jeden Fall dein Treuhinder das Ganze aber trotzdem im Blick behalten, dass du dich da sicher fühlen kannst. Wie läuft jetzt die Meldung von diesen verschiedenen Steuerarten beim Finanzamt, zum Beispiel bei der Steuerverwaltung oder bei der eidgönerischen Steuerverwaltung und was muss ich tun, dass da auch entsprechend die Fristen eingehalten werden? Bei der Einzelfirma ist es wie gesagt so, dass du das in der Regel in deine privaten Steuererklärung angibst. Das heißt hier, wenn das Geschäftsjahr vorbei ist sozusagen und du deine private Steuererklärung ausfüllst, dann bist du verpflichtet, dort auch die selbstständige Erwerbstätigkeit einzutragen. Wie gesagt, da müsstest du auch noch die Buchhaltung und den Jahresabschluss beilegen. Das heißt, das kannst du dann im folgenden Jahr machen. Da gibt es auch entsprechende Fristen, die man verlängern kann. Je nach Kanton sind diese unterschiedlich, aber in sehr vielen Kantonen kannst du zum Beispiel auch die Frist bis November des nächsten Jahres verlängern. Das heißt, da hast du grundsätzlich etwas Zeit. Würde ich aber auch nicht auf die lange Bank schieben, weil vielleicht weißt du dann gar nicht mehr so genau, was gelaufen ist. Bei einer GmbH oder Aktiengesellschaft ist das ähnlich, außer dass du dann noch eine zusätzliche Steuererklärung ausfüllst. Aber da gilt auch das Geschäftsjahr. Nachdem das Geschäftsjahr abgeschlossen ist, dann bist du verpflichtet, hier einen Jahresabschluss zu erstellen und auch entsprechend eine separate Steuererklärung für zum Beispiel diese GmbH, die du dann entsprechend auch einreichen kannst. Und auch hier gibt es Verlängerungsmöglichkeiten, dass du schon natürlich gewissermaßen Zeit hast, wenn du diese Unterlagen einreichst. Dann die Mehrwertsteuer, die musst du bei der ESTV anmelden, also bei der eidgenössischen Steuerverwaltung. Und hier ist einfach ganz wichtig zu sagen, bei der Mehrwertsteueranmeldung werden sehr viele Fehler gemacht. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, kann es sein, dass man eben eventuell vergisst, sich anzumelden oder man dachte, man muss sich nicht anmelden. Oder man meldet sich an, aber meldet sich mit der falschen Abrechnungsmethode an. Da gibt es zum Beispiel Effektiv oder Saldo-Steuersatz oder da gibt es auch die vereinnahmte oder die vereinbarte Methode. Das klingt also super kompliziert. Man muss da auch wirklich aufpassen. Gerade in vielen Fällen ergibt die Saldo-Steuersatzmethode zum Beispiel überhaupt gar keinen Sinn. Vor allem auch, wenn man digital arbeitet und solche Sachen. Das heißt, da ist es wichtig, dass das wirklich sauber angemeldet wird. Die Abrechnung der Mehrwertsteuer, die erfolgt normalerweise quartalsweise, wenn du die effektive Methode angemeldet hast. Das ist auch die Methode, die ich dir hier grundsätzlich empfehle. Das bedeutet, hier hast du dann entsprechend normalerweise zwei Monate Zeit. Die kannst du dann auch noch verlängern, aber da fallen dann auch schon entsprechende Verzugszinsen an, wenn du das zu lange sozusagen hinausschiebst. Das heißt, grundsätzlich hast du hier nach Ablauf eines Quartals zwei Monate Zeit, um das Ganze einzureichen. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Gibt es ein Buchhaltungssystem, das ich als Unternehmer oder Unternehmerin verwenden kann, mit dem ich beispielsweise Rechnung schreiben kann, meine Buchhaltung machen kann, beziehungsweise mit dem Treuhänder kommunizieren kann? Hier ist es folgendermaßen. Ja, es gibt gewisse Softwares, die für die Rechnungsstellung sinnvoll sind. Da gibt es zum Beispiel Softwares wie Bexio oder Clara, da gibt es auch viele andere Softwares noch auf dem Schweizer Markt. Diese sind für die Rechnungsstellung in der Regel sehr vorteilhaft, weil da hast du auch oftmals ein integriertes Mahnwesen zum Beispiel und die Rechnungen, die sehen auch einigermaßen gut aus und das ist alles relativ unkompliziert. Wenn es jetzt jedoch darum geht, die Buchhaltung zu machen, zusammen mit deinem Treuhänder, dann gibt es auch wesentliche Nachteile, was diese Softwares angeht, weil zuerst mal ist es so, diese Softwares versprechen sehr viel und sagen, hey, man kann vieles automatisieren und das klingt auf den ersten Blick super gut. Die Realität ist aber so, dass wenn du diese Software verwenden willst, gerade am Anfang deines Unternehmens, dann musst du Zeit investieren, um dich erstmal reinzudenken. Wenn du selber da irgendwie Buchungen vorbereiten willst oder so, dann kann das sehr viel Komplikationen geben in der Zusammenarbeit mit deinem Treuhänder. Der Treuhänder muss dich dann schulen und alles drum und dran und diese Zeit empfehle ich dir, dass du die viel lieber in Umsatz, Marketing und die Kundenzufriedenheit reinsteckst, beziehungsweise die Produktentwicklung, weil das sind alles Sachen, die dir Geld bringen und wenn du dich jetzt damit beschäftigst, irgendwie zu lernen, wie du eine Buchhaltung führst, das würde nur Sinn ergeben, wenn du selber jetzt vielleicht ein Buchhaltungsunternehmen gründest, aber nicht, wenn du hier ein Coach bist, eine Agentur, eine Galerie hast, ein Restaurant hast, E-Commerce betreibst oder sonst was. Da empfehle ich dir, dass du dich wirklich in der Anfangszeit voll auf Umsatz fokussierst und deswegen ergibt die Nutzung von so einem System für die Zusammenarbeit mit dem Treuhänder nicht so oft Sinn. Frag am besten deinen Treuhänder, was für ein System er hier verwendet und was da Sinn ergibt. Die Buchhaltung solltest du aber unbedingt zusammen mit deinem Treuhänder erledigen und nicht selber machen. Und wenn du jetzt am Anfang denkst, cool, mit so einer Software kann ich auch Kosten sparen und das ist alles automatisieren und so, die Realität zeigt einfach, dass du, wie gesagt, hier weniger Umsatz machst. Das musst du auch in den Kosten mit einberücksichtigen, weil du dich mit Sachen beschäftigst, die dich nicht weiterbringen als Unternehmer. Und gleichzeitig ist das auch so, dass der Treuhänder nicht unbedingt günstiger wird, sondern in vielen Fällen muss der Treuhänder auch die Buchhaltung kontrollieren. Und dann gibt es manchmal Fehler, dann muss alles koordiniert werden, besprochen werden und so weiter. Und ich kann dir einfach erfahrungsgemäß sagen, dass das sehr viel Kopfschmerzen bereiten kann in der Zusammenarbeit. Deswegen würde ich dir empfehlen, dass du einfach die Buchhaltung abgibst an deinen Treuhänder oder deine Treuhänderin und die erledigt das Ganze dann für dich. Jetzt kommen wir aber zum spannenden Frage, wann brauche ich überhaupt einen Steuerberater bzw. einen Treuhänder in der Schweiz? Es ist so, dass gerade am Anfang der Firmengründung und beim Start des Unternehmens werden sehr viele Fehler gemacht, die dich auf längere Frist sehr teuer kosten können. Insbesondere auch bei der Mehrwertsteuer, aber wie gesagt auch bei der Firmenform zum Beispiel. Man kann gewisse Firmenformen später auch noch umwandeln, zum Beispiel eine Einzelförmung, eine GmbH. Aber das hat dann auch gewisse steuerliche Konsequenzen und kann auch wirklich sehr teuer werden, wenn man innerhalb von fünf Jahren zum Beispiel dann auch irgendwann sein Unternehmen verkauft oder wenn man Mitarbeiter beteiligen will. Man verliert einfach insgesamt sehr viel steuerliche Flexibilität. Man kann zum Beispiel auch nicht so einfach eine Holdinggesellschaft gründen, wenn man die Einzelförmung umgewandelt hat und so weiter. Ich will da nicht so sehr ins Detail gehen, aber du solltest einfach wissen, es gibt sehr viele Fehler am Anfang, die dich wirklich teuer kosten können. Das heißt, die Empfehlung ist ganz klar, wenn es geht, sofort von Anfang an mit einem Treuhänder zu starten. In der Regel kriegst du das Geld auch wieder zurück, das du für den Treuhänder bezahlst. Schon kurzfristig, aber auch mittel- und langfristig wird dir das sehr viele Kopfschmerzen ersparen. Gerade wenn du dich unsicher fühlst und noch nicht die Erfahrungswerte hast, dann hast du einfach einen Partner an deiner Seite, der dir sagt, hey, welche Fehler sollst du vermeiden, welche Steuerfallen gibt es, in die du nicht reintappen solltest, welche Firmenformen. Also, all diese Sachen werden sauber geregelt, sodass du dich wirklich voll auf das konzentrieren kannst, was wichtig in deinem Unternehmen ist. Ein Problem ist auch, dass wenn man sich mit anderen Unternehmern austauscht am Stammtisch oder in irgendwelchen Facebook-Gruppen oder so, dann hört man öfters so, hey, ich habe auch ohne Treuhänder gestartet, das ist alles ganz easy, ich habe das einfach so und so angemeldet, ich habe noch nie Probleme gehabt. Das Problem an dieser Sache ist, dass diese Leute normalerweise erst zeitverzögert Probleme bekommen und in der Zeit, wo sie noch keine Probleme haben, erzählen sie ganz stolz oftmals, hey, ich habe das alles ganz easy gemacht, das brauchst du alles nicht und so weiter. Und dann, wenn sie die Probleme kriegen, dann ist das Ding, dass sie das aber dann dir auch nicht erzählen, weil sie werden dann nicht stolz am Stammtisch oder stolz in der Facebook-Gruppe posten, hey, ich habe jetzt Nachzahlungen in fünf- oder sechsstelliger Höhe machen müssen und meine Firma ist in den Konkurs gegangen und meine finanzielle Situation im Privaten ist komplett zerstört. Das werden die hier mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht machen. Das heißt, man kriegt immer nur diese Informationen mit am Stammtisch, sozusagen, hey, alles voll easy und so, also lass dich da bitte nicht von beeindrucken. Verstehe bitte, dass es hier ernsthafte Konsequenzen auch geben kann, wenn du hier entsprechende Fehler machst. Ein Treuhänder bietet dir zwar nicht eine hundertprozentige Sicherheit, weil am Ende des Tages bist du auch verantwortlich natürlich für das, was du unternehmerisch machst, aber es ist das Nächste, was du haben kannst an einer sogenannten Unternehmerversicherung, ja, weil es gibt eine so eine Versicherung nicht, die kannst du nicht abschließen mit einer Versicherung, aber ein Treuhänder hilft dir zumindest, dass du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eben nicht diese schlimmen Sachen machst oder zumindest hast du eine deutlich bessere Chance, diese Sachen zu vermeiden. Also lieber einen Partner zur Seite nehmen, der dich beschützt, sozusagen, was diese Sachen angeht und dann kannst du wirklich Vollgas gehen. Das bedeutet am besten wirklich von Anfang an mit einem Treuhänderstab. Viel Erfolg und bis bald.